Es geht glaube ich darum, den Denker nicht zu eliminieren, überhaupt nicht, sondern sich bewusst zu machen, wann er einem dienlich ist und ihn dann einzusetzen. Wenn man wirklich diese Nicht-Denker-Zeiten haben möchte, diese spüren, ob es jetzt über Bewegung ist oder ob es über das Stillsein ist, dann muss da glaube ich einfach die Technologie weg sein. Du hast eingeschaltet bei Bewusst Leben, dein wöchentlicher Kompass für innere Balance. Du meinst ganz mit dem Denken aufhören? Nein, das kann ich nicht, außer vielleicht für einen kurzen Moment. Kurze Pause. Dann benutzt der Verstand dich. Du bist unbewusst mit ihm identifiziert. Deshalb weißt du nicht einmal, dass du sein Sklave bist. Es ist fast so, als seist du besessen, ohne es zu wissen und deshalb hältst du das Wesen, das sich besetzt, für dich selbst. Freiheit beginnt, wenn du erkennst, dass du mit dem Verstand, dem Denker, der dich im Zustand der Besessenheit hält, nicht identisch bist. Diese Erkenntnis befähigt dich, den Denker zu beobachten. Sobald du beginnst, den Denker zu beobachten, wird eine höhere Bewusstseinsebene aktiviert. Dann beginnst du zu erkennen, dass es einen enormen Bereich von Intelligenz jenseits des Denkens gibt, dass dein Denken nur einen winzig kleinen Aspekt dieser Intelligenz ausmacht. Du erkennst auch, dass alles, was dem Leben wahren Wert verleiht, Schönheit, Liebe, Kreativität, Freude, innerer Frieden, seinen Ursprung jenseits des Verstandes hat. Du beginnst zu erwachen. Ein Zitat aus The Power of Now oder zu Deutsch jetzt von Eckart Tolle. Und damit leiten wir mal diese Podcast-Episode ein, die anknüpft an ein Vorgespräch. Hi Frederik. Hi Alex. Genau, wir haben uns nämlich gerade darüber unterhalten, dass wir beide doch irgendwo auch den Schritt aktuell gemacht haben, in der aktuellen Situation auch uns so aus dem Medienkonsum ein bisschen rauszuziehen. Und dann waren wir schnell auch dabei, darüber zu sprechen, wie wichtig es eigentlich ist, dass man auch mal im Moment verharren sollte und dass das aktuell gar nicht so einfach ist. Also wirklich mal bei sich selber zu bleiben, ohne wieder anzufangen, an vergangene Themen zu denken oder an die Zukunft. Wie wird es sein in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren, beruflich, gesundheitlich und so weiter und so fort. Und genau, da kam tatsächlich dieser kleine Ausschnitt aus diesem Buch, wie gerufen, weil ich das aktuell lese, es sehr viel mit mir macht, sehr viele Denkanstöße gibt. Und mir vor allen Dingen aber vor Augen führt, dass ich jemand bin, der sehr viel denkt und sich sehr viel auch mit diesem Denker identifiziert. Und ich probiere das gerade so ein bisschen loszulösen und das wollte ich mal, also einfach mal in den Raum werfen jetzt, diesen Auszug und bin sehr neugierig darüber, Frederik, wie du dem gegenüberstehst, was du darüber denkst und wo wir dann in der Diskussion miteinander landen. Ja, wir haben ja im Vorgespräch schon darüber gesprochen, dass es unterschiedliche Ebenen gibt, sich irgendwie mit sich selber zu beschäftigen. Und das ist eigentlich diese ultimative Ebene, dass wirklich nur mit sich selber im Stillen im Moment ohne Ablenkung etwas ist, was also zumindestens aus meiner persönlichen Empfindung ich sehr gut von mir wegschieben kann. Und dass ich das aber mittlerweile auch bewusst merke, wann ich das tue und mittlerweile auch die innere Entscheidung getroffen habe, dann, wenn ich es merke, das zu verändern. Wie kommt das jetzt, dass ich das so mache? Naja, ich denke, dass es eine, wo das jetzt herkommt, ob das natürlich ist, ob das angelernt ist, ob das antrainiert ist auch durch unsere heutige Zeit, in der wir leben, kann ich dir nicht genau sagen. Und ich glaube, es ist nicht ein Faktor ausschlaggebend, sondern das sind viele Faktoren. Aber ich glaube, dass wir uns davor scheuen, weil es etwas ist, was erstmal auch eine Form von Unbehagen hervorrufen kann, weil wir in für uns unbekannte Länder gehen, weil wir natürlich auch irgendwie so, kann ich nur von mir sagen, aber auch aus Beobachtung, natürlich irgendwie rationalisiert erzogen werden. Perfektionistisch und das zur Folge haben kann, dass wir natürlich irgendwie auch eine Persona hinterherrennen, die wir darstellen müssen, die nicht zwangsläufig unser inneres Selbst ist. Und ich glaube, da geht es auch ein bisschen hin, dass dieser Denker, den du ja im Zitat auch angesprochen hast, dass der immer so eine Form von Regulator auch darstellt. So dieses nach innen regulieren und nach außen regulieren, um auch irgendwo natürlich für sich selber und auch für alle möglichen Situationen konform funktionieren zu können. Dass wir aber wirklich erst eine gute Verbindung zu uns selber und auch zu dem, was uns vielleicht auch wichtig ist und was uns antreibt und wo wir auch vielleicht dann hinwollen, erst bekommen, wenn wir verstehen, was gerade eigentlich bei uns so los ist. Was sich ja auch immer verändert, also mein vor fünf Jahres, ich war mit Sicherheit, wenn wir jetzt zurückspulen würden im Podcast vor ein, zwei, drei Jahren oder so, da wird das anders gewesen sein, auch von der Priorisierung im Inneren als jetzt. Nichtsdestotrotz, und da bin ich auch ganz ehrlich, ist es eine regelmäßige Herausforderung, sich immer wieder aktiv damit auseinanderzusetzen, was im Inneren wirklich vorherrscht. Also ich sehe da die Analogie absolut zum Bewegen. Also tägliche Bewegung oder regelmäßige Bewegung ist ja auch etwas, was durch unsere Umwelt und Sozialisierung und Gesellschaft torpediert wird, weil wir eigentlich dahin erzogen werden, uns weniger zu bewegen und das Gleiche gilt auch, glaube ich, für diesen Denker und vielleicht diesen Fühler oder dieses Sein, Ich, dass wir eigentlich ja immer vom Außen abgelenkt werden, genau das nicht zu tun, obwohl wir eigentlich in einem vielleicht natürlicheren Kontext das immer auch gemacht haben. Ja, ich finde die Analogie, die du ansprichst, finde ich super gut, weil die auch nochmal vieles verdeutlicht oder auf eine sehr einfache Ebene runterbricht. Und das bringt dich, bringe ich jetzt zusammen mit eben den Denker zu beobachten. Und das ist ja das, was du als Physiotherapeut auf Bewegungsebene ja auch mit, ja, glaube ich, deiner Klientel machst oder was du mir auch stark ans Herz gelegt hast, was jetzt auch so langsam Früchte trägt, dass man anfängt, seine Bewegungen zu beobachten. Und vielleicht auch dann mal eben aus dieser ganz anderen Perspektive andere Entscheidungen trifft. Also es sind ja viele Dinge, die einfach unterbewusst passieren. Wenn ich den ganzen Tag vorm Rechner hänge oder wenn ich den ganzen Tag abends nur auf dem Sofa rum hocke, dann ist das vielleicht nicht so ganz optimal für den Körper. Aber die Veränderung kann ja nur dann stattfinden, wenn ich imstande bin, da mal raus zu zoomen aus dieser Situation und meine Bewegungsabläufe von außen zu betrachten und mir Gedanken zu machen, wie kann ich da eventuell mal was anpassen, damit ich langfristig was von meinem Körper habe und ihn als Vehikel optimal nutzen kann bis zum Ende meines Lebens. Und das lässt sich ja dann jetzt auch ganz einfach auf die Gedanken übertragen. Also wenn man immer wieder das denkt, was man immer denkt, dann kommt man natürlich aus gewissen Gedankenschleifen auch nicht raus. Und wenn die kontraproduktiv sind, genauso wie bestimmte Bewegungen kontraproduktiv sein können, dann ist es ganz schwer, da einfach so mit dem Fingerschnips rauszukommen. Man braucht diese andere Perspektive. Und es kann halt sein, dass die jemand anders einen zeigt, aber man muss sie natürlich selber auch erst mal einnehmen. Ja, und ich habe mir vorhin ein Wort aufgeschrieben, dass wir bei dieser Analogie zum Bewegen, dass wir alles Umweltreaktionisten sind. Und wenn man sich jetzt halt überlegt, das ist eine sehr stimmige Analogie, finde ich, weil unsere Umwelt in Bezug auf Bewegung ist ja so, wir haben überall flache Böden, wir haben weiche Schuhe, wir haben weiche Couch, alles bequem, wir haben überall Transportationsmittel. Jetzt müssen wir noch nicht mal mehr in den Städten über die Bürgersteige gehen, sondern können sogar einen E-Scooter nehmen, um uns da nur draufzustellen und dann mit Hilfe von elektrischer Kraft zu fahren. Genau das Gleiche passiert ja auch mit unseren Gedanken. Und ich nehme mich da jetzt überhaupt nicht raus, sondern das ist gerade eine Aha-Erkenntnis von mir, dass natürlich die Umwelt, in der wir uns dann auch mental begeben, die gleichen Nachrichtenseiten, die gleichen Radiosender, vielleicht auch wirklich, weil bei Podcasts ist es vielleicht etwas diverser, gerade wenn man vielleicht auch so thementechnisch sehr diverse Podcasts hört. Aber YouTube, TikTok hast du vorhin angesprochen, Instagram, das sind alles für uns dann denkende Algorithmen, wo wir nur noch reinsteigen und die für uns die Entscheidung treffen, was da quasi kommt. Also so, dass es schon irgendwie vorgefertigt wird und dass wir wenig Möglichkeiten haben, uns da selber herauszufordern, nachzudenken über diese Dinge. Und die dann natürlich auch dazu führen, dass, weil das ja kombiniert ist auch mit solchen, diesen Denker bestärkenden Mechanismen, also der Denker freut sich ja total, wenn etwas Neues dazukommt, wenn man irgendwie etwas Neues erlebt und dann werden ja einfach bestimmte Belohnungszentren aktiviert. Wenn ich jetzt eine neue Meldung lese oder irgendwie ein neues TikTok sehe oder weiß der Geil was, sondern da klickt man ja gerne drauf, weil da, aha, da kommt ja eine Belohnung rein. Und das fordert uns ja dann überhaupt gar nicht heraus und ich glaube, deswegen fällt es auch, weil ich mich da natürlich auch in dieser Welt irgendwie bewege, fällt es mir auch so schwer, da aktiv da rauszugehen und die Entscheidung zu treffen. Ich gehe mal in diesen, in Anführungszeichen, leeren Raum des Nicht-Konsumierens, sondern einfach erstmal nur des Wahrnehmens im Inneren, gerade weil da die Prägung so stark ist durch die Umwelt. Ja, total. Und um das vielleicht ins Hier und Jetzt auch zu ziehen, in diese aktuelle Situation, in der wir uns befinden, über die man natürlich auch, also die ja ein wunderbarer Nährboden ist für den Denker, in verschiedenste Richtungen zu gehen, ist es zugleich aber auch die Riesenchance, diesen Denker mal an der Seite zu parken und in sein Innenleben zu schauen und sich in dem Raum hier und jetzt auch mal zu spüren. Und es wird ja wieder wahrscheinlich, wir befinden uns jetzt hier kurz vor Weihnachten, ich weiß gar nicht, ob diese Episode und vielleicht noch eine davor rauskommen, aber es ist ja jetzt schon fast eine Weihnachtsepisode, kann man sagen. Wir sind natürlich jetzt auch durch, also all die Jahre jetzt auch vor der Pandemie sind wir so darauf gepolt gewesen, dass man ja möglichst viel Geschenke kaufen, Weihnachtsmärkte besuchen, Reize, Lichter, Bling, 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 alles von draußen ballert rein. Es ist ja ein ähnliches Spektakel wie mit Social Media, Reizüberflutung. Und eigentlich ist die Grundmessage von Weihnachten ja auch, eine besinnliche Zeit mit sich und seinen Liebsten zu feiern. Und diese Message, die immer so auch werbezweckmäßig wunderbar eingesetzt wird, die fällt eigentlich völlig hinten rüber. Und das ist jetzt auch wieder die Chance, auch in der Krise, glaube ich, sich dieser Grundmessage, die eigentlich, ich sage es so ehrlich, wie es ist oder wie ich es finde, ganz oft missbraucht wird von der Werbeindustrie, der sich mal wieder zu nähern und sie wirklich zu leben, wie sie auch sprichwörtlich gemeint ist. Weißt du, was ich meine? Ja, total. Also ich probiere das jetzt ja auch mal auf die Weihnachtsebene zu hiechen. Ja, weil du hast ja vorhin das Wort genannt, besinnlich. Also was ist der Sinn des Ganzen? Mich hat jetzt ein Kollege vor ein paar Tagen gefragt, und hast du schon alle Weihnachtsgeschenke? Da habe ich gesagt, ja klar, ich kaufe keine. Na, das war ein bisschen überspitzt gesagt. Aber meine Message war eigentlich, du, ich habe da keinen Plan, den ich abarbeite, der mir irgendwie vorgefertigt wird, sondern ich schaue, dass ich nach meinem Gefühl das Beste für mich und meine Familie da raushole, in dem Sinne, dass es eine schöne Zeit wird. Und das ist komplett unabhängig von Geschenken. Natürlich freuen sich Menschen irgendwie über Aufmerksamkeiten und Geschenke, aber für mich ist das absolut nicht der Sinn der Weihnachtszeit, auch wenn ich jetzt kein bibelfester Christ bin. Nichtsdestotrotz nehme ich diese Zeit auf jeden Fall auch als Aufhänger, um wirklich da drüber nachzudenken, was halt eben so innerlich los ist, was so zwischenmenschlich auch los ist, und da vielleicht auch noch mal Weichen neu zu stellen. Und da bedarf es keiner Geschenke für, sondern da bedarf es Zeit und Raum, um genau das eben zu tun. Genau. Und losgelöst von den Geschenken, bei mir ein ähnliches Szenario, dass man eben schon vor zwei Monaten angefangen hat, irgendwie zu planen, ja, wo ist denn eigentlich wer? Und wenn ich an die letzten Weihnachtsfeste denke, bin ich immer von, das letzte vielleicht nicht, aber die davor, dass man wirklich immer von A nach B, also eigentlich so eine Reise, so eine völlige krasse Reiseplanung durchexerzieren muss. Und ich hab da eigentlich auch, ehrlich gesagt, gar keinen Bock mehr drauf. Und ich weiß auch jetzt gerade aktuell noch nicht, natürlich ist auch geschüttelt die Situation, aber auch sonst, ich wüsste glaube ich nicht, ob ich das nochmal so mache. Also mich so zurechtbiege für alle möglichen Familienmitglieder, und das meine ich überhaupt nicht böse, aber der, der am Ende hinten rüberfällt und völlig exhausted wieder zu Hause bei sich auf der Türmatte mit dem Kopf aufschlägt, bin ich. Und dann ist besinnliches Weihnachtsfest völlig missinterpretiert und völlig falsch gelebt worden. Total. Und das ist das Schöne an diesem, ich finde das schon schön, das hat ja relativ viel im Fach jetzt schon, dieser Ausschnitt von diesem Buch. Was ich auch noch spannend finde, ist, was er dann am Ende sagt, du erkennst auch, dass alles, was dem Leben wahren Wert verleiht, Schönheit, Liebe, Kreativität, Freude, innerer Friede, seinen Ursprung jenseits des Verstandes hat. 100 Prozent, ja. Und wir sind jetzt hier bei dem Punkt innerer Friede gerade auch. Aber gerade, wenn ich auch Kreativität so als Musiker auch noch mal nehme, auch da kann der Denker echt auch überhand nehmen. Und das sage ich ganz bewusst, ich merke das auch bei mir in der Band. Wir haben auch sehr viele Denker bei uns, auch sehr viele smarte Denker. Also da wirklich, das meine ich nur positiv, aber es hat auch seine Grenzen und es ist limitiert. Je mehr du dich diesem Denker hingibst, desto weniger folgst du manchmal deiner Intuition oder auch einfach mal diesem Fuck-you-Gedanken, sondern ich schreibe mir jetzt einfach das, was sich gerade richtig anfühlt. Und man kann Kreativität auch totplanen und dann macht es auch keinen Spaß mehr. Und dann geht vielleicht auch die Liebe verloren. Und also da muss ich auch sagen, also den Denker, es geht glaube ich darum, den Denker nicht zu eliminieren, überhaupt nicht, sondern sich bewusst zu machen, wann er einem dienlich ist und ihn dann einzusetzen. Also wenn ich eine wissenschaftliche Arbeit jetzt schreibe oder wenn ich ein Seminar vorbereite, dann muss ich ja Module zusammensetzen, eine Didaktik entwickeln. Wenn ich da den Denker ausschalte, dann habe ich glaube ich ein Problem. So. Aber im Seminar, das kann die Analogie, Analogie ist es nicht, aber den Vergleich glaube ich ganz gut ziehen. Aber im Seminar selber dann zum Beispiel, dann ist es manchmal ganz gut, stellenweise den Denker auszuschalten und auch mal der Intuition zu folgen, um zu gucken, wo kommen wir denn hier raus. Und ich glaube, da ist die Kunst, eben das viel besser zu können, den Denker ab und zu mal an der Seite zu packen und es zu schaffen, im Moment zu sein und auch sich zu spüren und auch gewisse Fähigkeiten und Werte zum Zuge kommen zu lassen, die der Denker sonst überschattet. Und damit dann halt spielen lernen. Aber wir sprechen hier über etwas, was sich leicht erklären lässt, glaube ich, aber in der Umsetzung unglaublich schwierig ist. Weil wenn ich den ganzen Tag auf TikTok rumsudel und mich dem YouTube-Algorithmus hingebe, dann trainiere ich nämlich genau das Gegenteil von im Moment zu sein. Und das, glaube ich, muss einem klar sein, dass man das üben muss und gewisse Dinge, die automatisiert stattfinden, die man ganz schwierig unter Kontrolle bringen kann, weil sie eben auch mit Suchtmechanismen arbeiten, dass die uns auch natürlich daran hindern, stärker im Moment zu sein. Und da ist es schon gut, glaube ich, die Zeit, die man auf Social Media verbringt oder die man konsumiert am digitalen Gerät, für sich selber zu limitieren oder in ein Zeitfenster zu stecken, um dann halt auch Zeitfenster zu haben, wie eine aktive, bewusste Bewegung, Meditation, Yoga, also was wir hier ganz viel besprechen, Spaziergänge im Wald, die es einem ermöglichen, auch zu trainieren, in die andere Richtung zu gehen. Und das ist, glaube ich, das, was schwer ist, sich da rauszuziehen, weil ich merke es immer wieder, wenn ich mich nicht limitiere mit Social Media, dann habe ich das Handy immer mal wieder zwischendurch in der Hand, ohne es zu merken. Und zack, ist man auch wieder raus aus der Möglichkeit zu üben, im Moment zu bleiben. Ich glaube, das ist aber auch, also der, das ist der Größte, um jetzt mal den Denker wieder auszupacken, der bei mir im Kopf jetzt gerade natürlich ist, das ist auch der Größte, die Größte Chance oder der Größte Hebel, den wir haben, um unseren Denker zurückzustellen und uns Platz einzuräumen und Priorität einzuräumen für solche anderen, ja, nicht nur Produktivitätsdaseinsformen, nenne ich das jetzt mal, ist, rauszuzoomen aus der Technologie und die wirklich abzuschalten. Also wirkt, und damit meine ich alle Technologien, egal ob das Fernsehen ist, ob das Telefon ist, ob das PC ist, Laptop ist, Tablet, vollkommen wurscht, aber wirklich technikfreie Zeit zu haben, weil dann hast du einfach auch keine Chance für Zerstreuung, selbst wenn du dir, also wenn ich mir, nicht du, sondern ich nenne mir jetzt einfach mal ich, weil ich weiß, dass ich das auch tue, wenn ich mir vornehme, etwas zu recherchieren oder irgendwie sowas, ich weiß mittlerweile, wie mein Gehirn funktioniert. Ich weiß, dass ich mich dann sage, okay, du nimmst jetzt eine halbe Stunde vor, dann machst du ganz zielgerichtet deine Recherche und schuppdiwupps, habe ich da vielleicht eine Viertelstunde gemacht und dann weiß ich, boah, bin ich irgendwo anders gelandet, weil das war ja interessant, und kann ich mir auch gut vorspielen, als wäre das jetzt so eine, so eine total notwendige und sinnvolle Sache, was ich da jetzt lerne, aber eigentlich ist es Bullshit, weil ich mich wieder habe zerstreuen lassen und da, wenn man wirklich diese, diese Nichtdenkerzeiten haben möchte, diese spüren, ob es jetzt über Bewegung ist oder ob es übers Stillsein ist, dann muss da, glaube ich, einfach die Technologie weg sein. Das ist das Beste, was man machen kann und gleichzeitig das Schwierigste, weil es halt eben, wie du vorhin gesagt hast, so stark schon in unser Gehirn integriert ist. Also das ist für uns ein Wahrnehmungsorgan geworden. Also die Technologie ist für uns ein Wahrnehmungs- und Interaktionsorgan und das ist das Schwierige, dass es eigentlich vom Gefühl her für uns als Mensch, glaube ich, schon ein Teil davon geworden ist und den müssen wir halt trotz alledem immer mal wieder abschalten, um in andere Möglichkeiten auch wieder reinzukommen. Ja, und eben, um üben zu können, auch dann überhaupt mal aus diesem Denken rauszukommen. Aber der erste Schritt ist ja, und das finde ich ganz spannend, ist ja zu realisieren, diesen Denker erst mal zu beobachten, dass das ja schon mal der Schritt in eine richtige Richtung ist, wenn man das erst mal hinbekommt. Es gibt ja, glaube ich, ganz viele Menschen, die einfach auf diese Bewusstseinsebene gar nicht springen. Dass man irgendwie mal so, ey, oh, jetzt bin ich aber wieder von Hölzchen auf Stöckchen gekommen in meinem Kopf. Jetzt springe ich mal raus und habe das auch realisiert und beobachtet, dass es das zu unterbinden gilt. Und das ist, glaube ich, der erste Schritt in die richtige Richtung. Und was mir persönlich auffällt, ist, wenn ich übermäßig viel konsumiere, ob das jetzt Social Media ist oder in der Vergangenheit noch, es war schon, es gab Zeiten, wo das bei mir noch viel, viel schlimmer war, nämlich in Zeiten, wo ich übermäßig viel Pornos konsumiert habe. Ich weiß gar nicht, haben wir mal so ein bisschen angeschnitten das Thema. Das ist ja so eine Verhaltenssucht, der ich mich gestellt habe. Und die Porno-Welt ist ja Social Media hoch 10 oder hoch 100. Algorithmus basiert mit aber dann noch mal dem extra Sahnehäubchen Dopamin obendrauf. Und wenn du das viel konsumierst und da richtig stundenlang in dieser Welt verhast, dann ist es spannend, seinen Verstand danach mal zu beobachten oder den Denker und wie wenig Ruhe da nur noch im Geist herrscht. und die Ruhe wieder herzustellen nach solchen, ich sage jetzt mal, Porno-Sessions, die ist ganz, ganz schwer. Und die ist natürlich subtiler, diese Unruhe nach dem Social Media Konsum, weil der Dopaminausstoß nicht so heftig ist. Aber das Prinzip ist dasselbe. Und wenn man realisiert, dass diese Zeiten, also je länger die Zeiten sind, in denen ich in diesen Algorithmus-Rabbit-Holes drin hänge, desto schwieriger wird es für mich sein, in den Momenten der Ruhe auch wirklich zur Ruhe zu kommen. Das ist der Trade-Off. Also du hast halt instant gratification, also du hast sofort das gute Gefühl, wenn du dich da rein begibst. Aber das gute Gefühl außerhalb dieser Welt ist dann viel, viel schwerer zu erlangen. Und das ist der Handel, den man dann eingeht. Ja. Und je öfter und regelmäßiger und intensiver das geschieht, umso schwieriger ist der Weg da raus. Weil die Wege, die sich dann natürlich auch in unserem Denker auch tatsächlich dann manifestieren, die werden immer leichter und einfacher und schneller befahrbar. Also diese Verknüpfungen, die sich dann erstellen und diese Muster, die dort dann implementiert werden, die werden so leicht zugänglich, dass man dann auch irgendwann Schwierigkeiten hat, das glaube ich bewusst zu machen. Also mit erhöhtem Konsum wird die Bewusstseins, Möglichkeiten werden schwieriger und dann ist man mehr angewiesen auf Leute von außen, die einen vielleicht darauf hinweisen beispielsweise. So, dass man in jedem kleinen Moment irgendwie das Telefon zückt und dann da auf Instagram rumscrollt. Machen übrigens total viele. Also wirklich unfassbar viele. Auch in meiner Altersklasse, aber auch ältere Menschen, also Wartezimmer oder so. Es gibt ein paar Handvoll, die sitzen dann einfach da und gucken dann vielleicht mal aus dem Fenster raus oder so. Aber ganz, ganz viele, die hole ich ab aus dem Wartezimmer und dann stecken die das Handy weg. Egal welchen Alters. Es ist nicht nur die junge Generation, nicht nur wir in den 20ern, 30ern, sondern 40er, 50er, 60er, 70er, alle dabei. Ob das jetzt zwangsläufig was Schlimmes ist, wie gesagt, es gibt immer viele, viele Stufen, glaube ich, oder viele Abstufungen davon. Aber ich fühle mich selber weiß, ich bin da auch so ein bisschen anfällig für und ich glaube, jeder Mensch ist dafür anfällig, manche mehr, manche weniger, aber je nach Historie ist man vielleicht ein bisschen mehr anfällig für solche Zerstreuungs- und dann dementsprechend auch irgendwie Suchtmechanismen. Da ist es, glaube ich, schon ganz wichtig, da wirklich solche freien Zeiten zu haben, Blocks zu haben, wo das komplett raus ist. Eben. Eben aber auch, weil, und da dann wieder die Perspektive raus, weil so viele Dinge, die uns da präsentiert werden, im Internet und auf unserem Smartphone, sind ja personalisiert. Und wir beide kommen ja noch aus einer Zeit, wo das Internet gerade entstanden ist. Also ich kenne noch Werbung aus dem Fernsehen und das war abends dann die einzige Zeit, wenn man mal was im Fernsehen geguckt hat, wo sie mir begegnet ist oder am Samstagvormittag, wenn man Zeichentrickfilme geguckt hat als kleiner Junge. Das waren dann so die kurzen Zeitfenster zwischen den Serien, wo man dann Werbung gesehen hat. Und die Werbung war ja nicht personalisiert. Da war ja, also klar, für Kinder schon, da waren dann immer interessante Sachen da, aber es war ja nicht immer so, dass immer alles für mich zugeschnitten war. Und das ist der große Unterschied zu heute. Heute ist alles personalisiert. Heute ist alles, was dir angeboten wird, wahrscheinlich irgendwas, was du schon mal angeklickt oder angesehen oder durch Scrollverhalten dir zu Gemüte geführt hast. und ich meine, das wird einem noch mal mehr bewusst, wenn man weiß, wie Werbeanzeigen funktionieren und wenn man selber mal welche geschaltet hat, dann kannst du eben, weißt halt auch ganz genau, dass du dir ganz genau die Leute suchst, die eben potenziell Interesse, Interessen haben oder schon mal auf gewisse Dinge geklickt haben, denen du was anbietest, weil da hast du die, auch die geringsten Werbekosten. Also es ist noch nicht mal böswillig, es ist einfach nur auch geldeffizient, wenn du es den Leuten anbietest, wenn du Werbung schaltest, die auch tatsächlich sich dafür interessieren, weil dadurch gibst du als Werbeanzeigen-Schalter auch weniger Kohle aus. Also es ist halt, es ist keine Böswilligkeit, es ist einfach das System, in dem wir, in das wir uns rein manövriert haben. Und wenn uns das klar wird, dann sollte uns klar werden, dass es noch viel, viel wichtiger ist, eben diese, diese Zeiten des Konsums zu minimieren. Und ich finde das spannend, weil wir, wenn ich jetzt, ich habe gerade mal durch unseren Podcast-Feed gescrollt, also wir haben ja, gerade auch das Thema Werbung, so kannst du besser mit Werbung umgehen, bei Episode 20. Und wir sind jetzt bei Episode, schieß mich tot, 120, 122 oder so, also 100 Episoden weiter. Und vielleicht haben wir jetzt ein anderes Bewusstsein, auch nochmal mit diesem Thema umzugehen, aber es hat uns schon, ich weiß ganz genau noch, du bist, ich war nämlich in Holland damals, da haben wir die Episode aufgenommen, du hast das Thema gesetzt, zum allerersten Mal auch so Werbung. Und wir haben davor auch schon ein paar Episoden, davor eine Episode gemacht, auch das Smartphone kontrollieren lernen. Also ganz spannend, als wir mit dem Podcast angefangen haben, haben uns die Themen schon beschäftigt. Ja, ich weiß noch ganz genau, wie ich mein Instagram App gelöscht habe und seitdem tatsächlich nie wieder installiert habe. Also, weil ich, ja damals, ich glaube, ich habe es auch beschrieben, eben diesen Effekt gehabt habe, dass mein Daumen automatisch auf den, auf das, auf den, aufs Icon wollte, aber da war es nicht mehr und dann hat sich irgendwie Dateien geöffnet oder so. Und da gebe ich dir vollkommen recht. Und wir sind jetzt, wann haben wir Episode 20 aufgenommen? Wann war das? 2000? Let me have a look. Ich weiß gar nicht, ob das Standdatum auf unserer Homepage am Start ist, aber ich. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier und es ist ein Evergreen. Also es ist trotz alledem noch nicht einfach so, dass wir sagen, wir haben das gemeistert und es ist weg aus der Welt, sondern es ist, glaube ich, ein Thema, was einen auch lebenslang beschäftigen wird. Gerade weil die Zukunft da natürlich auch ungewiss ist und unser Denker da auch immer in die Richtung gerne gefüttert wird und tendenziell ist wahrscheinlich sich noch verstärkt mit der Technologienutzung in Zukunft und da ein bewusster Umgang, glaube ich, einfach extrem wichtig ist, damit wir dem nicht erliegen. Ja. Also, weil ich glaube, dass dieser Denkeranteil, um da nochmal den Bogen zu schlagen und dann vielleicht so ein bisschen einen Abschluss zu finden, dieser Denkeranteil ist ja etwas, was sich so anhört, als hätte man da die ganze Zeit Kontrolle drüber. Aber ich, also meine Vermutung und meine Einschätzung ist auch, dass wir, je mehr wir mit diesen algorithmusbasierten Technologien zu tun haben, desto weniger autark und selbstständig ist unser Denker eigentlich und je mehr abhängig wird er eigentlich von genau diesen externen Faktoren und in immer stärkere Blasen werden wir da auch reingezogen und gerade deswegen ist das unfassbar wichtig, da mal sich von zu entkoppeln und zu gucken, naja, was gibt es ja noch für andere Daseins- und Fühlzustände und das hat jetzt nichts mit esoterisch irgendwie Geisterwesen zu sehen. Das kann jeder nennen oder machen, wie er will. Das ist mir auch egal. Es ist ja einfach nur, dass sich Leute ausdenken, um eine Konversation zu haben, sondern es geht mir darum, dass wir wirklich mal Auszeiten haben, die wirklich bewusst gewählt werden, um diesem energieaufwendigen Denken und Reagieren auch mal wirklich nur Fühlen und Wahrnehmen entgegenzustellen. Amen. Dem habe ich gar nicht mehr viel hinzuzufügen. Ich würde den Evergreen noch einmal gerne unterstreichen, also dieses Wort, weil die Episode zum Thema Werbung haben wir im September 2017 aufgenommen. Guck mal, 2017, jetzt ist es über vier Jahre später. Völlig abgefahren. Völlig abgefahren. Na, wir lassen das so stehen. Ich glaube, das kann man inkubieren lassen, muss ich jetzt mal sagen. Und dann geht es vor allen Dingen um die Handlung von jedem Einzelnen. Also probiert es gerne aus. Ihr, du, wenn ihr zuhört, wenn du zuhörst, und gebt uns gerne Feedback auch zu diesen Themen, wenn, dann gerne an info.meintreineure.de. Und ansonsten würde ich sagen, Frederik, wünsche ich noch eine besinnliche Weihnachtszeit. Und falls wir uns nicht mehr sprechen, einen guten Jahreswechsel tatsächlich. Ich muss jetzt gerade, das muss ich jetzt gerade noch mal raussuchen. Die Zeit müssen wir uns nehmen. Du meinst, wann diese Episode verfügbar wird. Genau, sie erscheint kurz vor Weihnachten. Aha. Das heißt, ich wünsche dir hiermit einen guten Jahreswechsel und wir sprechen uns tatsächlich im neuen Jahr erst wieder. Ja, dann wünsche ich dir das auch. Besinnliche Weihnachtszeit gebe ich gerne zurück. Und dann würde ich sagen, wir sprechen uns beim nächsten Mal. Alright. Bleib im Balance und bis in 2022. Tschüss. Tschau. Bis zum nächsten Mal.